Ende September hat man berichtet, da kommt eine schöne Wetterphase im Oktober. Und wir hatten auch gesagt, vielleicht wird es eine längere Golden Oktoberphase. Da gab es direkt Kritik unter unseren Wettervideos. Naja, das wird auch schnell wieder kippen, aber wir stellen fest, da ist gar nichts gekippt. Der Golden Oktober scheint sich längere Zeit zu halten. Auch jetzt, Anfang der Woche, geht es erstmal warm weiter. Und das hier ist der neuste Sechserlauf. Der haut da mal wieder einen raus. Und zwar in der zweiten Monatshälfte massiver Warmluftvorstoß hier aus Südwesteuropa. Bis zu 17 Grad in 1500 Metern Höhe, wohlgemerkt. Das hätte uns Ende Juli, Anfang August bis zu 34 Grad unten am Erdboden gebracht. Jetzt im Oktober deutlich weniger, aber immer noch 20 bis 24 Grad. Und das in der zweiten Oktoberhälfte. Ist das nur ein Ausreißer? Das schauen wir uns hier in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Ja, der goldene Oktober geht einfach mal weiter und es kommt kaum was vom Himmel runter. Heute Morgen gab es ja diese Kaltfront, die brachte hier Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen so ein paar Tropfen Regen. Stellweise hat es auch ein bisschen im Westerwald getröpfelt. Unser Landwirt hat das bestätigt. Drei, vier Tropfen konnte er feststellen, aber das war es dann auch schon. Und das hier sind die Regensummen nach dem amerikanischen Wettermodell bis zum Donnerstagmorgen in der neuen Woche. Nix hier im Osten, nix hier in der Mitte und auch im Westen. Relativ wenig, nur hier im Süden und im Norden kann so ein bisschen was vom Himmel runterkommen. Ja, und was macht dieser Sturm? Die Amerikaner hatten ja gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag könnte es sehr stürmisch werden. Alles weggerechnet bei den Amerikanern. Aber jetzt sagen die Europäer plötzlich, am nächsten Wochenende, am 15. Oktober, da könnte es sehr windig werden. Tja, gerade mal die Rollen getauscht. Jetzt die Europäer nächsten Samstag mit sehr dicht gedrängten Isobaren. Das heißt viel Wind im Norden, teilweise auch in der Mitte von Deutschland. Wir warten mal, was draus wird. Auf der Nordsee zum Teil Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Wir werden es natürlich hier weiterhin beobachten. Zwei ausgewählte User-Kommentare. Petra Steinmann schreibt, perfekt und mir den Dialekt für den Westen. Fühlt man sich richtig daheim? Ich glaube, sie meint mal Dialekt hier aus Roy Hesse, aber eigentlich ist es kein Roy Hesse. Ich komme ja aus Kreiznach, aus Bad Kreuznach. Und ich glaube, da ist Dialekte ein bisschen anders. Aber insgesamt klingt das alles relativ ähnlich, würde ich sagen. Harald Schuster schreibt, mich würde es mal interessieren, was die Noah für einen Winter im Nordamerika berechnet. Darauf der Tom McJeff, mich nicht im Geringsten. Also, Harald, jetzt zugucken. Tom, jetzt weggucken. Wir gucken mal auf die Weltkarte von der Noah. Und zwar die Prognose der Temperaturabweichungen von Dezember bis Februar für die gesamte Welt. Na, wo ist Europa? Wir müssen ein bisschen genauer hingucken. Da haben wir Europa. Hier ist Mitteleuropa. Deutschland, wie gesagt, Deutschland zwei Grad zu warm der Winter. Wir gehen über Russland hinweg. Am besten ist das so. Und wir gucken hier mal nach Nordamerika. Wir sehen Richtung Kanada blau. Und das heißt, dort könnte es kälter werden, als normalerweise in einem Winter zu erwarten wäre. Dagegen hier Richtung USA eher ein zu warmer Winter wird hier berechnet. Das ist zumindest mal die Übersichtskarte für den kommenden Winter für die ganze Welt, was hier Noah aktuell so berechnet. Wir sehen hier sehr viel rötliche Farbtöne. Also fast überall soll es auf der Nordhalbkugel wärmer werden im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Ob es wirklich so kommt, das wissen wir spätestens Ende Februar 2023. Aber wir schauen auch auf das Wetter in der kommenden Nacht. Und da wird es klar und ziemlich frisch. Deswegen, wer heute Nacht noch lange unterwegs ist, die Jacke mitnehmen. Es ist kühl morgen früh. Gerade mal um die drei Grad in den Mittelgebäckslagen. Stellenweise Bodenfrostgefahr. Sonst so neun bis vier Grad. Also eine kühle Nacht. Teilweise gibt es Dunst und Nebel. Auch deswegen langsam unterwegs sein mit dem Auto. Und morgen früh zum Teil alles noch ziemlich dicht zu. Vor allen Dingen an den Flüssen mit Dunst oder Nebel. Aber das Ganze löst sich dann ziemlich schnell auf. Wir bekommen morgen ein neues Hoch. Und dieses Hoch hier hat auch einen Namen. Und es heißt Vangelis. Und Vangelis bringt uns viel Sonnenschein am Sonntag. Und nicht nur am Sonntag. Auch Montag, Dienstag, Mittwoch. Und jetzt auch der Donnerstag. Bleiben wahrscheinlich sehr freundlich. Das schöne Wetter wird schon wieder um einen Tag verlängert. Schön darf ich ja auch nicht sagen. Dann eben das freundliche Wetter. Wir schauen mal auf die Wetterkarte von morgen. Vom Sonntag insgesamt nach Nebel und Dunstauflösung viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen so 15 bis knapp 20 Grad. Die 20 Grad gibt es wie meistens hier Richtung Freiburg, Breisgau oder auch Oberrhein. Da wird es am wärmsten sein. Ein bisschen kühler ist es nach Norden. Aber eigentlich morgen perfektes Wander- und Ausflugswetter. Der Montag insgesamt auch sehr freundlich. Aber es sind immer noch ziemliche Dunst- und Nebelfelder bis zur Mittagszeit unterwegs. Und die machen es hier und da der Sonne etwas schwerer. Ansonsten wird es noch mal deutlich wärmer. Hier im Süden und Südwesten 21 bis 23 Grad. Da kommt noch mal so ein Warmluftvorstoß an. Im Rest des Landes 16 bis 19 Grad. An den Küsten weht ein frischer Wind. Ja und der Dienstag auch keine große Wetteränderung. Ein paar mehr Wolken, Dunst und Nebel im Norden. Ansonsten immer wieder reichlich Sonnenschein nach dem Frühnebel. Und die Temperaturen erreichen maximal so 14 bis 20 Grad. Der Blick auf den Mittwoch. Und es gibt nicht viel Neues zu berechnen. Der goldene Oktober geht einfach so weiter. Auch am Mittwoch nach Nebel und Dunstauflösung sehr freundlich. Temperaturen 15 Grad im Norden. In der Landesmitte bis zu 18, 19 Grad. Und hier wieder am Oberrhein Temperaturen bis zu 21 Grad. Mitten in der Sonne drin. Gefühlt zum Teil noch mal 2 bis 3 Grad höher. Bei Dauernebel auch ziemlich frisch. Da kann es auch mal kühler sein. Gerade mal 10 oder 11 Grad. Und auch der Donnerstag bringt noch mal viel Sonnenschein. Das war heute Morgen in der Prognose auch schon ein bisschen anders. Da hätte es schon wechselhafter werden sollen. Aber jetzt auch der Donnerstag noch mal mittendrin. Im goldenen Oktober drangen Temperaturen bis zu 20 Grad. Wieder am Oberrhein sonst so 14 bis maximal 19 Grad. Und hier am Norden ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder vorüber. Und wann kippte denn nun der goldenen Oktober? Wir schauen mal auf das Wochenende. Immerhin am Freitag mehr Wolken, etwas Regen. Aber die großen Regenmengen sind alle wieder weggerechnet worden. 16 bis 21 Grad am Freitag. Samstag 14 bis 18 Grad. Wolken im Westen, im Norden ein paar Regenschauer. Und der Sonntag 16 bis 22 Grad. Es bleibt zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und am Sonntag scheint verbreitet schon wieder die Sonne. Und jetzt der Blick auf die Ensemble-Prognose. Ich hatte ja gesagt, in der zweiten Monatshälfte könnte es sehr warm werden. Wir hatten es eben gesehen beim Hauptlauf. Und jetzt mal der Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland. Und da fällt uns sofort eine Linie ins Auge. Und welche ist das? Hier, diese schwarze Linie. Das ist der Hauptlauf. Der sechste Hauptlauf. Und wir sehen, es ist ein Ausreißer. Temperaturen bis zu 15 Grad im Norden. Und zwar in 1500 Metern Höhe. Und wenn es da oben so warm ist, dann könnten es unten deutlich über 20 Grad werden. Aber wir sehen auch, es ist ein Ausreißer. Die anderen Prognosen liegen deutlich weiter unten, aber insgesamt entlang des Klimamittels. Bis zum 24. Oktober keine Ausreißer nach unten, kein Absage der Temperaturen, kein Frühjahr-Wintereinbruch. Es geht insgesamt normal temperiert für die Jahreszeit weiter. Aber zuvor noch eine kleine Berg- und Talfahrt. Der nächste Wärmberg. Dann geht es wieder ein bisschen unter das Mittel drunter. Dann haben wir nach oben und der Regen nach hinten weggeschoben. Ja, frühestens ab dem 15. und 16. Oktober ein paar ganz zaghafte Niederschlagssignale. Aber eigentlich fast kaum der Rede wert. Und das sehen wir auch hier bei der Regensummenprognose bis zum 24. Oktober für Norddeutschland. Im Mittel so 18, 19 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 24. Oktober. Aber komplett trocken fast bis zum 15. Oktober. Da kommt nichts in den nächsten 5 bis 6 Tagen vom Himmel runter. Aber die Streuung ist danach ziemlich groß auch. Und das ist wirklich sehr spannend. Das kennen wir schon aus dem Sommer heraus. Einzelne hier oben bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch ganz viel hier unten. Gerade mal 0, 1 oder 2 Liter Regen pro Quadratmeter. Es ist so ein klein wenig wie im Sommer. Die Verschieberitis nach hinten geht los. Und der Hochdruck wird und wird weiter verlängert. Das könnte auch im Oktober wieder mal der Fall sein. Das wäre auch nicht ungewöhnlich. Wenn man ein bisschen Ahnung hat von Meteorologie, dann kann man es so einschätzen, dass oftmals die Oktobermonate bei uns in Deutschland sehr von hohem Luftdruck geprägt sind. Und wenn erst mal so ein Hoch da ist, dann ist es eben sehr beständig. Und dann bleibt es auch längere Zeit und verschwindet nicht direkt. Das ist eben so auch die meteorologische Erfahrung, die der eine hat oder der andere eben auch nicht. Wir schugeln mal nach Westdeutschland. Was sehen wir dann da? Da gucken wir auf Luftmassetemperaturen. 1.500 Meter Höhe. Erstmal geht es ruf auf 10 Grad. Dann pendeln wir so ums Klimamittel rum. Und ach, da sehen wir, der Hauptlauf, das ist so ganz klarer Ausreißer. Der will sogar ruf auf 16, 17 Grad in 1.500 Meter Höhe. Und das am 22. 23. Oktober. Da würde man unten am Bohrum so 20 bis 23 Grad messen. Das wäre richtig warm für die aktuelle Jahreszeit. Und beim Rehen, der Rehen wird auch doof fleißig nur hin und weg geschoben. Am 14. 15. Oktober, da könnte es ein bisschen was geben. Aber insgesamt bis zum 24. Oktober sind die Rehensignale doch eher schwach. Wir gucken nach Ostdeutschland. Hier auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Um die 15 bis 20 Grad bleibt es hier in den kommenden Tagen. Später meist um die 15 Grad. Dann steigen sie wieder an auf 17, 18 Grad. Nach Monatsmitte wird es wieder wärmer. Der Hauptlauf oben mit dabei. Und auch dann bis zum 24. Oktober meist im Mittel um die 15 bis 17 Grad. Einzelne Ausreißer bis 20 Grad. Und einer sogar bei 25 Grad zum 21, 22. Oktober. Ein Ausreißer bei 25 Grad. Das wäre wirklich krass. Und hier unten, so richtig kalt, will es eigentlich keiner der Läufe wissen. Also wir bleiben meist über 0 Grad, auch nachts. Und beim Regen im Osten verschwindend gering. Ganz wenig wird da berechnet. Und das bis zum 23., 24. Oktober. Wir schauen nach Süddeutschland bis zum 24. Oktober. Auch hier auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Meist konstant um die 15 bis 18 Grad. Und das bis zum Ende des Trendzeitraums. Auch da keine krassen Ausreißer nach unten. Und beim Niederschlag ziemlich wenig Niederschlag. Erst ab dem 17. und 18. gibt es ein paar mehr Signale. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Wir schauen auf die Landesmitte. Und hier auf die Regensummen bis zum 24. Oktober. Im Mittel gerade mal 15 Liter pro Quadratmeter. Der Hauptlauf noch ein bisschen weiter unten. Gerade noch mal bei 9 Liter Regen pro Quadratmeter. Und auch viele Ausreißer nach unten. Nur 1, 2 oder 3 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 24. Oktober. Aber es gibt auch ein paar Ausreißer nach oben. Aber das ist eher die Minderheit 40 bis 45 Liter Regen pro Quadratmeter. Ich würde mal so sagen, der Oktober brachte zwar viele Regen an den ersten beiden Tagen. Geht aber jetzt sehr trocken weiter. Und könnte stellenweise schon wieder deutlich zu trocken enden. Nach dem dann doch deutlich zu nassen September. Es ist also sehr spannend. Und in Sachen Wärme könnte auch noch einiges hinterher kommen. Also diese Kaltluftvorstöße ab und zu mal berechnet werden. Das ist eigentlich nur der berühmte Sturm im Wasserglas. Es wird alles weggerechnet. Und die Wärme scheint sich schon wieder durchzusetzen. Und zum Schluss noch mal so ein klein bisschen Hoffnung für alle Winterfreunde. Die Noah-Prognose für den Winter hat sich schon ein klein wenig verändert. Wir hatten vorher in ganz Deutschland roh. Das heißt überall bis zu 2 Grad zu warm. Aber jetzt hier im Norden zum Teil nur noch 0,5 bis 1 Grad. Da wurde ein klein wenig zurückgerechnet. Aber da sind wahrscheinlich die typischen Schwankungen, die es immer wieder mal gibt bei diesen Prognosen. Das werden wir natürlich in den nächsten Tagen hier weiter bei wetter.net beobachten. Ja und beim Niederschlag hat sich auch ein bisschen was getan. Da war es gestern deutlich nasser im gesamten Westen gewesen. Da wurde ein bisschen was reduziert. Nur in der Landesmitte und im Süden. Da könnte der Winter etwas zu nass ausfallen. Sonst insgesamt ausgeglichene Niederschlagsmengen, die uns da im kommenden Winter 2022, 2023 erwarten könnten. Das war es vom Wetter am Samstag. Genießt morgen den schönen Sonntag. Plant noch was heute Abend für morgen. Tschüss, bis bald.